Mein Name ist Rita Eichhorn. Ich bin die Leiterin des Kompetenzzentrums für Vermittlung und Integration des Berufsbildungswerkes Leipzig. Wir hatten heute unser 18. Frühstück inklusive. Wir machen dies nun rund zehn Jahre mit großem Erfolg. Bewerber und Arbeitgeber können sich auf Augenhöhe begegnen und so einen optimalen und direkten Eindruck voneinander bekommen. Das hat sich als sehr erfolgreich herausgestellt, sodass wir beide Seiten zufriedenstellen können. Sie lernen neue Bewerber kennen, die Firmen, und die Bewerber haben ganz viele Interaktionsmöglichkeiten. Unser nächstes Frühstück findet im März 2018 statt. Und schon jetzt dürfen wir Sie dazu einladen, unter dem gleichen Vorzeichen, aber mit neuen Bewerbern. Wir freuen uns auf Sie.